Ahaha... Ahaha... Du futsch'nich mit Magie auf? ... 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 Ok, den Kamin rein! Hi! Hallo Magier! Was hast du für mich? Remember the magic world Ok... Was habe ich bekommen? Spell? Was kann der? Hm, was kann der? Ich glaube, ich weiß noch etwas, und zwar, dass ich den hier benutzen soll. Okay, irgendein Schlüssel? Okay, cool. Das war dann, glaub, alles in dieser Stadt. Und hier nochmal Magie. So. So. Okay, und weiter. Wieder die Höhle zurück. Ähm, 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 dafür stubsch. Äh, 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 so. Hilfe! Wie auch immer ich das gemacht habe, das war... cool. Richtig cool. Komm, verschwind. Äh, das war knapp. Super geil! Ich finde nur, dass ich... Äh, ist hier nichts. Oha, 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 aua, schnell weg! Stimme sich. Und ich glaube, hier war auch was. Ich glaube hier... Ich glaube, hier müsste irgendwo etwas gewesen sein. Wo war's? Wo war's? Wo war's? Irgendwo hier. Jetzt suche ich das mal taktisch ab. So viel zu dem. Alles klar. Volles Life, volles Magie. Perfekt. Das wollte ich eigentlich ja nicht. Ich würde sagen... Auf in dieses Schloss. Wunderbar. Schloss. Snap. So. Jo. Jo. Okay, gleich mal Erfahrung holen. Das wäre mir sehr lieb. Ähm... So. 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 Alter, Wärmstadt! Magie oder Leben? Ich glaube, ich mache Leben. So, jetzt vielleicht darüber? Jawohl. Na komm, da geht's bestimmt. Hallo? Hoch. Och, nee. Komm, wir wollen lauter Rätsel ein, dass der auf jeden Fall seine Magie verballert. Weil da unten braucht es ja auf jeden Fall und dann kommt er nicht vorbei. Ey. Du Drecksack. Egal, immerhin tu es jetzt. Ach, nein. Ich will den töten. Ich will die Erfahrung. Aber, obwohl der ewig viel Schaden macht. Was? Oh, ich überlebe das einfach mal. Und da habe ich ein bisschen Angst. Ich glaube, das... Ja, ist nicht zu schaffen. Dann, scheiße. Ähm. Ich denke, ich bin hier einfach mal fest. Okay. Jo. Und... Fall hier nochmal runter. Und schau hier rechts. Ich bin auch ein blauer Ritter. Kann ich mir gut vorstellen. Hey. Hey. Okay, und hier. Ach, nein. Oh, oh. Okay, alles klar. Toll. Genau darum wollte ich da eigentlich... Äh, ja, warten. Und ich glaube, wenn ich einfach nur da rüberfliege mit der Fee... Ey. Komm mit heim, das ist so, dass ich ihn auf jeden Fall trifft. Arschloch. Wow, 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 wow. Magie ist mir egal. Ach. Puh. Sau knappe Angelegenheiten hier. Ernsthaft. Ach. Noch einmal so'n Viech und dann... ... geht's mir schon zehnmal besser. Okay, ja, wahrscheinlich muss ich hier wirklich fliegen. So, oh, yes, ist gut. Oh, komm, jetzt bauen 10 Millionen von den Totenkampfen. Ach. Ich glaube, hier war doch die Stelle, in der mir runtergefallen. Entschuldigung. Nein, nein. Wö, wö, was? Was zum... Hallo? Ach, inzwischen, Boss. Ey. Komm her. Wie sie. Hast du auch was für mich? Erfahrung. 300. Äh. Ja, leben möchte ich. Leben. Ich belebe. So, hier noch mal inzwischen was, ist egal. Schade. Ist richtig cool. haber... Junge... Gut. ... board. ... ... ... Bis zum nächsten Mal.